Ich habe es schon vielfach gesagt, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, aber wenn ich in der Financial Times lese, dass die UNO demnächst in der Festsetzung der Steuern weltweit mit involviert sein soll, dann frage ich mich, ob ich vielleicht doch langsam an Verschwörungstheorien glauben sollte. Darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Bei vielen Verschwörungstheorien geht es darum, dass die UNO, die Rothschilds und der Vatikan hier gemeinsam eine Weltregierung bilden in der sogenannten New World Order und dann die Geschicke der Welt bestimmen. Ich persönlich halte das natürlich für totalen Quatsch, muss ich da ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, aber es ist doch immer wieder interessant, dass es dann Artikel gibt wie den, von dem ich jetzt berichten werde von der Financial Times aus dem Jahre 2023, wo man dann schon vielleicht mal schlucken muss. Denn hier denkt man dann, scheint ja doch vielleicht ein wahrer Kern an diesen ganzen Verschwörungstheorien möglicherweise zu sein. Was ist passiert? Bei der UN gab es Ende 2023 eine Abstimmung und dabei ging es darum, dass die UN darauf gedrängt haben, in Zukunft mehr in die internationale Steuergesetzgebung involviert zu sein. Tatsächlich haben 137 Länder dafür gestimmt und damit haben sie sich für eine Involvierung der UNO in die internationale Steuergesetzgebung entschieden. Wie war es dazu gekommen? Nun, du weißt ja wahrscheinlich, dass in den letzten Jahrzehnten hier die OECD, eine andere internationale Organisation mit Sitz in Paris, ganz entscheidend hier die Agenda mitgeprägt hat, wenn es um die internationale Steuergesetzgebung ging. Der OECD haben wir ja so schöne Dinge zu verdanken, wie den internationalen Informationsaustausch, BEPS oder auch die globale Mindeststeuer für große Unternehmen und noch viele andere Dinge, die dort möglicherweise in der Pipeline sind, von der wir jetzt noch gar nichts wissen. Diese Initiativen, denen sich dann ja auch die meisten Länder und auch die meisten entwickelten Länder angeschlossen haben, haben unser Business in den letzten zehn Jahren komplett verändert. So viel kann ich dir sagen, noch nie ist so viel passiert in dem Bereich internationale Steuergesetzgebung wie in den letzten zehn, 15 Jahren. Ich würde sagen, es ist praktisch nie im Interesse des Steuerzahlers, denn der Steuerzahler hat kein Interesse daran, wenn Staaten zusammenarbeiten und hier internationale Steuern festlegen. Im Interesse des Einzelnen und im Interesse der Freiheit des Einzelnen ist es, wenn Länder miteinander konkurrieren um den Steuerzahler, sodass sich dann der Steuerzahler letztlich hier die Länder aussuchen kann, wo er leben möchte, wo er ein Unternehmen gründen möchte. Wenn das alles angeglichen ist und nur noch hier von großen Organisationen, NGOs, großen Konzernen, großen Staaten alles mitbestimmt wird, bleibt die Freiheit des Einzelnen hier auf der Strecke und wir entwickeln uns mehr und mehr in Richtung globaler Diktatur. In diese Richtung gehen meiner Meinung nach auch die Entwicklung der OECD der letzten Jahrzehnte. Die Entwicklungsländer sagen letztlich, dass die OECD ein Club der Reichen ist. Sie haben keinen Einfluss, sie kriegen eben nichts vom Kuchen ab und deswegen schlagen sie vor und haben nun auch entschieden tatsächlich in der UNO, dass die UNO in Zukunft jemand sein wird, der hier tatsächlich die internationale Steuergesetzgebungsagenda mitbestimmt. Nun haben wir hier sozusagen dann eine Konkurrenz zwischen OECD und UNO. Man weiß noch nicht so genau, wie das Ganze sich verhält. Man weiß noch nicht wirklich hier, wie die UNO jetzt tatsächlich dann in Zukunft in solche Vorhaben involviert sein wird. Aber man kann nicht darauf hoffen, meiner Meinung nach, dass sich irgendwas verbessern wird. Er wird alles ja noch schlimmer werden. Wer hat bei der UNO was zu sagen? Nun auch hier sind es natürlich wiederum die Staaten, internationale Organisationen, internationale NGOs, auch Stiftungen, Charities, wie zum Beispiel die Bill Gates Foundation. Sie alle können hier über Lobbyisten Einfluss nehmen. Die Rechte des Normalbürgers, deine und meine Rechte, bleiben hier letztlich auf der Strecke. Es ist Corporatism, wie man im Englischen sagt, Corporatismus. Hier bestimmen dann nur noch die ganz Großen, was der Einzel dann zu tun oder zu lassen hat. Wir kennen ja auch andere Initiativen, welche die UNO bereits in der Pipeline hat. So zum Beispiel die Verknüpfung von biometrischen Daten mit Bankkonten. Das ist ja etwas, was möglicherweise schon 2024 angestoßen sein wird. Das sind jetzt Aussagen der UNO selbst, laut ihren eigenen Unterlagen. Das ist also keine Erfindung. Während ich also nach wie vor nicht an Verschwörungstheorien glaube, muss ich schon sagen, dass hier solche Aussagen wie jene, die jetzt hier die Financial Times macht, in ihrem Bericht auf jeden Fall besorgniserregend sind. Ich gehe davon aus, dass es immer weniger Möglichkeiten gibt, dann hier letztlich auch steueroptimiert tatsächlich dann dein Leben zu gestalten. Denn viele Länder sind ja unter erheblichem Druck hier seitens der OECD bisher und jetzt vielleicht auch seitens dann der UNO, hier eine hohe Besteuerung letztlich einzuführen. Und man muss sehen, welche Länder hier diesem Druck in Zukunft tatsächlich noch standhalten können. So verheißen auch die Ankündigungen hier nach der Abstimmung in der UN nichts Gutes. Das Einsprecher sagte zum Beispiel, der jahrzehntelange Kampf der Länder des globalen Südens um die Einrichtung eines vollständig inklusiven Prozesses bei den Vereinten Nationen zur Beteiligung an der Festlegung von Tagesordnungen und Normen für internationale Steuern ist nun Realität. Die Afrikanische Union fügt hinzu, man freue sich, ein wirksames UN-Rahmenübereinkommen zur internationalen Steuerkooperation zu vereinbaren, um dringend Ressourcen für unsere Entwicklung zu mobilisieren. Da siehst du schon, um was es geht. Letztlich zieht alles auf das Thema Umverteilung ab. Schlimm genug, dass wir schon letztlich diese Regelungen hier durch die OECD haben, denen sich immer mehr Länder beugen müssen. Jetzt kommt letztlich hier dann auch noch die Dimension der Umverteilung hinzu, worauf letztlich dann hier wahrscheinlich auch diese Involvierung der UNO abzieht. Man denke nur an Dinge wie globale Vermögensteuer. Da sehen wir ja auch immer wieder hier bestimmte Maßnahmen, die hier ergriffen wurden. Erst jetzt wieder bei der EU Vermögensregister und so weiter und so fort. Und jetzt eben steigt hier auch noch die UNO mit ein. Auch zum Beispiel Norwegens Außenminister Espen Bart Eide sieht nun hier Möglichkeiten, für die Staaten global noch mehr Geld einzunehmen. Er sagt nach der UNO-Entscheidung, die Welt polarisiert sich leider immer mehr und wir sehen, wie sich eine wenig hilfreiche Spaltung zwischen dem Westen und dem Rest bildet. Wir wollen uns durch eine globalere Agenda vernetzen. Auch hier wiederum die globale Agenda steht im Vordergrund und Ziel letztlich hier kann nur sein, durch diese globale Agenda denen, die was haben, was wegzunehmen, um es dann anderweitig hier einzusetzen. Man muss also, wie gesagt, sehr vorsichtig sein, was diese Maßnahmen hier anbelangt. Der UNO, ich würde sagen, wachsam ist im Grunde genommen die richtige Haltung, die man haben muss. Hier geht es tatsächlich darum, dass man sein Vermögen schützen muss, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie sowas funktionieren kann. Diese Dinge sind ja jetzt noch in den Kinderschuhen. Jetzt gibt es hier noch bestimmte Spielräume, etwas zu machen. Man muss ja sagen, die Mühlen mahlen relativ langsam. Du siehst schon hier, worauf es hinausläuft. Wenn solche großen Organisationen hier involviert werden, wie die UNO und wie auch schon die OECD, dann werden wir letztlich als Steuerzahler hier zwischen den Rädern zerrieben. Es geht letztlich nur darum, uns unser sauer verdientes Vermögen und Einkommen abzunehmen, möglichst hoch zu besteuern, damit es diese Politiker anderweitig irgendwo verwenden können. Also mein Appell an dich, mach dir Gedanken darum, was das konkret für dich heißt. Mach dir Gedanken um den Vermögensschutz. Kümmere dich darum, Vermögen aufzubauen außerhalb der Europäischen Union in Ländern, die noch nicht so tatsächlich hier im Fokus der internationalen Behörden und Organisationen sind. Es gibt immer noch ziemlich viele Orte auf der Welt, wo dies möglich ist. Aber die Zeit drängt. Wir haben nicht mehr 100 Jahre letztlich. Und was du jetzt tust, das wird möglicherweise das Schicksal deiner Kinder und Enkelkinder bestimmen. Wenn das Themen sind, die für dich relevant sind und du deine steuerliche Situation optimieren möchtest und neues Vermögen aufbauen und bestehendes Vermögen schützen möchtest, dann lade ich dich ein, ein Beratungsgespräch mit mir zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir haben schon vielen Mandanten geholfen, ins Ausland umzuziehen, vor allen Dingen ins Nicht-EU-Ausland, um sich letztlich hier steuerlich optimal aufzustellen und ihr Vermögen vor dem Zugriff durch gierige Regierungen zu schützen. Ich freue mich drauf, mit dir im Beratungsgespräch zu reden. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.